In unserer Lesestunde hören Sie heute den ersten Teil eines Weihnachtskrimis unter dem Titel »Laborbefunde« aus der Romanserie »Kleine Träume« von Nicola Schröder-Liefring. Die ehemalige Ärztin verfasst seit einigen Jahren neben medizinischen Ratgebern auch Cartoons und medizinische Belletristik, die sie unter dem Pseudonym »Benna Deivel« publiziert. Der erste Teil dieser freilich nicht ganz ernst gemeinten Krimi-Novelle spielt in einer kleinen, etwas altbacken wirkenden Klinik in Berlin. Nero, die Chefin der Rettungsstelle, versucht zusammen mit anderen Ärzten, Schwestern, Rettungskräften und Labormitarbeitern kurz vor Weihnachten ein paar kleine, harmlos wirkende Diebstähle aufzuklären. Es liest Nicola Schröder-Liefring. Kapitel 1 Umkleide der Rettungsstellenmitarbeiter »Ei, ei, ei, ich werde wohl senil«, bemerkte Nero, die alte Chirurgin, als sie zur Schichtübergabe ihren Spind öffnete, um sich umzuziehen, ihren Kittel im Wäschekorb zu entsorgen und die Zivilkleidung wieder anzulegen. Sie hatte Feierabend und die Übergabe an ihre Kollegin Perdita war erfolgt. »Wird Zeit, dass ich in Rente gehe.« Schwester Andrea gab nebenan am Tresen der ersten Hilfe die Patientenformulare in den Rechner ein und lachte laut zurück. »Du und senil? Ich habe schon einige seltsame Charakterzüge an dir erlebt, aber Altersschwäche gehört nun wirklich nicht dazu.« Als Nero im Nachbarraum der Umkleide nur unverständliche Worte von sich gab, die sich merkwürdig wütend anhörten, hakte Andrea nach. »Was ist denn los bei dir? Probleme?« Wieder hörte sie Satzfetzen, seltsam hohl und dumpf. Die Schwester stand auf und ging hinüber in den Raum mit hohen weißen Spinschränken, die ellförmig an zwei Wänden des kleinen Raumes zwischen Eingangsbereich und Intensivstation standen. »Wo habe ich denn nur?«, hörte Andrea noch aus dem Spinnklingen. Da wurde ihr klar, warum Neros Stimme so seltsam geklungen hatte. Die athletisch beleibte Ärztin hing beinahe kopfüber in der Tiefe ihres Spinschranks und wühlte vergeblich zwischen lauter weißen T-Shirts, Socken, Kitteln und Hosen nach irgendetwas herum. Nero erschrak, als sie sich wieder aufrichtete und die Rettungsstellenschwester plötzlich neben sich sah. Sie zuckte zusammen und riss sich dabei versehentlich am scharfkantigen Schloss der Leichtmetalltür die Haut des Handrückens auf. Aber sie bemerkte die kleine Verletzung kaum, denn die Ärztin war es gewohnt, professionell zu fokussieren und ihre eigenen Schmerzreize zu unterdrücken. Nero, die eigentlich den für deutsche Zungen unaussprechlichen Namen Frau Dr. Namatimbo Vela besaß, aber darauf bestand, sie sei eine echte Nero, holte tief Luft, sah sich nach dem Desinfektionsmittelspender an der Eingangstür um und rieb sich die Hände routiniert mit Alkohol ab. Fachmännisch begutachtete sie danach die kleine Triangelverletzung an ihrer Hand, murmelte, Pflaster reicht, keine Naht, Glück gehabt und sah wieder zu Andrea hin. Was los ist, weiß er auch nicht. Ich scheine schusslich zu werden, hab bei meinem Rucksack den Reißverschluss weit offen stehen lassen, sodass jeder, der mir Böses wollte, meine Geldbörse hätte klauen können. Die Spinde sind ja nie abgeschlossen. Andrea nickte. Ja, ich hab mich in letzter Zeit auch oft gefragt, ob sich das blinde Vertrauen nicht irgendwann rächt. Dass wir uns als Erste-Hilfe-Team gegenseitig vertrauen, ist das eine, aber etwas anderes ist es, sich darauf zu verlassen, dass keiner von den Leuten im Durchgangsbereich hier herumstöbert. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar ziemlich gering. Welche Wahrscheinlichkeit, fragte Perdita Unruh, die Anästhesistin, die von ihrer Runde über die Intensivstation ITS zurückkam und die Frauen hinter dem Tresenbereich reden hörte. Die Wahrscheinlichkeit, dass von nebenan, also vom Klinikeingang, jemand einfach hinter den Tresen marschiert und in unserer Umkleide nach Wertsachen sucht, antwortete Schwester Andrea und reichte Nero einen kleinen Pflasterstreifen aus ihrer Kitteltasche. Danke, sagte die Chirurgin und fügte hinzu. Es ist ja nie wirklich was passiert und es ist auch fast immer eine vorne am Tresen. Wenn uns jemand dumm kommt, haben wir den Alarmknopf für den Wachschutz. Also, was soll schon sein? Ich werde halt älter. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, dass mein Unbewusstes schon Abschied genommen hat, grinste Nero die beiden Frauen an. Dieter war irritiert und hakte nach. Wieso? Was ist denn passiert? Ist etwas weggekommen? Nein, nein, nicht wirklich, glaube ich zumindest, denn mein Portemonnaie war noch da. Nur der Reißverschluss meines alten Rucksacks stand offen. Perdita, die junge Anästhesistin, die von Nero freundschaftlich eingearbeitet worden war und wechselweise in der Rettungsstelle sowie auf der benachbarten Intensivstation Dienst tat, kannte den alten, schlabberigen Lederrucksack ihrer Kollegin, wie man im Laufe der Zeit jeden Stiltyp und jede automatisierte Bewegung seines Teams als Routine verinnerlichte. Dieter rief sich in Erinnerung, dass die alte Chirurgin immer energisch an dem Reißverschluss des Rucksacks zupfte, bevor sie ihn nach Dienst antritt, wenn sie ihr Weißzeug angezogen hatte, achtlos in die hintere Ecke des Schrankes pfefferte und mit derselben Werft die Tür zuknallte. Das Geräusch der scheppernden Metalltür mit einem kurzen Nachklackern des Schlüsselanhängers war zu einer Art Markenzeichen geworden, sodass der gesamte Bereich im Erdgeschoss wusste, die Chefin kommt. Es war Neros Duftmarke, als Leiterin der Rettungsstelle zu sagen, ich bin ab jetzt im Dienst. Dieter hatte jene Bewegung, die zu diesem Geräusch gehörte, sehr plastisch vor Augen, deswegen meinte sie zu Nero, Hm, noch nie habe ich es erlebt, dass du Rucksack und Schrank offen gelassen hattest. Bist du denn zwischendurch hier gewesen und hast was geholt? Deine Essenmarke für die Kantine zum Beispiel? Oder hast du den Kittel getauscht und dabei heimlich eine Zigarettenschachtel versteckt? Andrea und Nero brachen in ein herzliches Gelächter aus. Dieter grinste frech. Alle wussten, dass Nero seit vielen Jahren Nichtraucherin war. Seit sehr vielen Jahren. Ein Raucher riecht man sofort, vor allem in Medizinbetrieben. Im Ernst jetzt, fuhr Dieter fort. Ich kenne dich gut genug, als dass ich weiß, dass du alles bist, aber nicht schusselig. Deine Routinen hier sind Legende und haben eine perfekte Struktur geschaffen. Du wirst uns fehlen, wenn du im Ruhestand bist. Abgesehen davon möchte ich nur anmerken, dass es mir neulich ähnlich ging. Ich vermisse seit meinem Nachtdienst am ersten Advent ein paar feine Lederhandschuhe, die mir mein Mann zum Geburtstag geschenkt hatte. Als ich zum Dienst kam, hatte ich sie angezogen, das weiß ich genau, aber dann waren sie weg. Erst dachte ich, dass ich sie im Auto oder zu Hause liegen gelassen hätte. Aber weil es abends beim Losfahren in Köpenick so eisig war, dass mein Wagen mit Raureif überzogen war, kann ich mich noch genau an das schöne Gefühl der Handschuhe erinnern, als ich die Autotür aufgemacht habe. Nach dem Dienst morgens waren sie weg. Bis heute habe ich sie nicht wiedergefunden. Andrea war blass geworden. Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe auch etwas beizusteuern. Nero und Perdita richteten sich instinktiv auf, wie sie es immer taten, sobald ein Notruf einging, und blickten hochkonzentriert zu der Schwester. Der spielerische Humor war verschwunden. Nach meiner letzten Nachtschicht vergangene Woche wollte ich noch eben einkaufen. Brot, Butter, Käse, Hundefutter und all das Zeug. Ich hatte extra vor dem Dienst Geld abgehoben. Als ich an der Supermarktkasse stand, fehlte in meiner Börse ein Fünfziger. Ich wusste genau, dass einer drin sein musste, weil ich mir immer bestimmte Scheinsorten am Automaten ziehe. Ein Fuffi, fünf Zwannis und fünf Zehner. Der Fufziger fehlte. Im Raum war Schweigen. Die drei Frauen überlegten angestrengt. Schließlich sagte Dieter, war das Zufall? Oder gibt es einen Dieb unter uns? Dass es ein Besucher oder Patient ist, scheint jedenfalls unwahrscheinlich, meinte Andrea. Denn ein fremdes Gesicht, das immer wieder hier auftaucht, würde auffallen. Andererseits gibt es jedes Jahr dieses Vorweihnachtschaos, wenn die Menschen schnell noch ihre pflegebedürftigen Angehörigen abgeklärt wissen wollen, bevor sie in den Weihnachtsurlaub gehen, widersprach Nero. Was tun wir jetzt? Fragte die junge Anästhesistin, die noch nicht so sehr lange in der Klinik war. Es kann doch nicht ständig jemand den Raum bewachen. Zumindest müssen wir jetzt immer alles abschließen. Wie grässlich. Dieses Misstrauen, das jetzt entsteht, möchte ich eigentlich auch nicht haben. Es war immer so schön vertraut hier. Andrea grinste schief. Die meisten Schlösser funktionieren sowieso nicht. Das war damals Billigware. Wir hatten uns geärgert, als die Dinge angeschafft wurden. Ständig verletzt man sich an den scharfen Metallkanten. Und über die Jahre sind die meisten Schlüssel sowieso verloren gegangen. Können wir also knicken, die Idee. Nix für ungut. Nero zog die Stirn in Falten, was lustig aussah. Denn sie hatte ein rundlich volles Gesicht und konnte niemals wütend aussehen, auch wenn sie es eigentlich war. Also Mädels, befahl sie resolut, wir werden uns doch nicht den Schneid abkaufen lassen. Wir beobachten das jetzt ein Weilchen, halten fein die Äuglein offen und treffen uns in drei Tagen. Dann tragen wir zusammen, was wir denken und machen einen Plan. Die Chirurgin zog ihre Stiefel an, warf sich einen schicken Poncho über, schnappte sich den Rucksack und ging zügig Richtung Eingangshalle. Hey ihr Süßen, ich wünsche euch einen ruhigen Dienst. Wir sehen uns morgen zur Übergabe. Schwester Aische wunderte sich. Schon wieder ein schlimmer Infarkt? Zumindest von den Blutwerten her, antwortete Manos Michalidis, der Anästhesist auf der Intensivstation. Aische und Manos trafen sich in der Kantine zum Mittagessen. Heute waren sie allein an ihrem Sechser-Tisch. Normalerweise gab es so etwas wie eine informelle Absprache unter und zwischen den Berufsgruppen, wer wann essen ging, damit es nicht zu überlangen Schlangen an der Essensausgabe kam. Auch bestand wenig Lust darauf, mit Menschen am Tisch zu sitzen, die man nicht leiden konnte, sodass sich wie von Zauberhand stets fächerübergreifende Grüppchen zusammenfanden, die denselben Humor teilten. Dieses Phänomen, eine besondere Art zwischenmenschlicher Magnetismus, war in allen großen Institutionen bekannt und nannte sich der Buschfunk. Dadurch kannte jeder jeden und neue wurden schnell integriert. Unter einer Bedingung, sie mussten sich in der Kantine blicken lassen. Dr. Michalidis und Schwester Aische saßen jetzt also bei ihrem Essen B, Sander auf Wirsingbett mit Bratkartoffeln, zusammen und tauschten Neuigkeiten aus der kleinen Klinik Berlin-Süd aus. Kurz vor Weihnachten waren die Abläufe unberechenbar. Was den Leuten alles einfiel, dass vor Jahresende erledigt werden musste. Privatpatienten wollten schnell noch überfällige Operationen erledigt haben, damit sie ihre Rechnungen bei der Kasse einreichen konnten. Altenheime fürchteten sich vor dem Urlaub der Hausärzte und ließen noch eben die Verdauungsbeschwerden ihrer Pflegebedürftigen abklären. Ängstliche Angestellte mit grippalen Infekten wollten sich nicht beim Hausarzt im übervollen Wartezimmer mit den Keimen der anderen Patienten anstecken und stellten sich in der Rettungsstelle hustend mit der Frage nach Lungenentzündung vor. Und dann die Serie an Herzinfarkten. Normalerweise gibt es im Herbst und im Frühling diese Phasen, erklärte Manos Michaledis, der Rettungsstellenschwester, wo wir auf den Intensivstationen fast nur Gefäßpatienten liegen haben, Schlaganfälle, Angina pectoris, Herzinfarkte, tiefe Beinvenenthrombosen und so weiter. Aische nickte. Sie arbeitete seit Jahren in der ersten Hilfe nebenan und kannte diesen Krankheitenzyklus. Manos fuhr fort. Aber jetzt in der Adventszeit im Dezember ist das ungewöhnlich. Und immer dasselbe Muster. Die Leitstelle der Feuerwehr meldet sich nachts zwischen Mitternacht und 5 Uhr, kündigt einen Notarztwagen an. Der NRW kommt, bringt Patienten mit den klassischen Symptomen einer Angina pectoris, die sich dann bei euch in der Rettungsstelle als derart dramatisch herausstellen, dass der Patient intensivpflichtig wird. Bei uns erholt er sich dann sofort wieder, sodass wir ihn meistens am nächsten Tag entlassen können, nach Hause. Wir verlegen ihn nicht auf die Station, sondern entlassen ihn in die ambulante Behandlung seines Hausarztes. Die Symptomatik ist bei uns derart milde, als wäre nie was gewesen. Irgendwas stimmt da nicht bei euch. Die erfahrene Rettungsstellenschwester machte große Augen. Bei uns? Wie kommst du darauf, Manos? Naja, wenn ihr die Diagnose Herzinfarkt stellt, daraufhin den Patienten zu uns schickt und bei uns löst sich die Symptomatik in Luft auf, dann hat entweder der Patient den Notarzt belogen oder eure Laborwerte sind falsch. In den Kontrollen der Blutentnahme und EKG ließen sich jedenfalls eure Werte nie bestätigen. Das ist schon seltsam. Aische widersprach. Aber es gibt doch diese Fälle, wo eine Angina pectoris über Stunden besteht, auch eine CK-Werterhöhung und T-Negativierung verursacht und sich dann wieder auflöst. Dann müssen die Patienten eben zum Herzkatheter und kriegen einen Stand. Manos antwortete versöhnlich, du hast schon recht, aber hier ist irgendetwas anders. Glaub mir, ich habe schon einiges gesehen, aber die Häufung von dramatischen Blutwerten bei nur leichten EKG-Befunden und ohne wesentliche Beschwerden ist nicht normal. Diese Patienten werden normalerweise auf die periphere Station aufgenommen und landen nicht bei uns auf der Intensivstation. Okay, sagte Aische. Ich werde das mit Nero besprechen. Wir werden mal sehen, wo sich dieser Fehler bei uns eingeschlichen hat. Gut, dass wir uns hier getroffen haben, Manos. Was machst du eigentlich über die Feiertage? Hast du Dienst oder kannst du ein paar Tage zu deiner Familie nach Chios reisen? Seit sie festgestellt hatten, dass ihre Familien quasi Nachbarn waren, Aische stammte aus Tscheschme, was quasi in Rufweite zum Ort Chios auf der gleichnamigen griechischen Insel lag, fühlten sie sich in der Klinik auf eine besondere Art und Weise miteinander verbunden. Nee, ich habe Heiligabend Dienst, grinste Manos. Aber meine Kinder lassen sich diesmal etwas Besonderes einfallen. Nach dem Gottesdienst packen sie das Essen und ihre Geschenke ein und dann bringen die gehören Kartoffelsalat mit jeder Menge Bockwürstchen für alle in die Klinik. Sogar eine Miniatur-Plastiktanne haben sie schon geschmückt und Weihnachtslieder geübt, um uns in der ITS zu bespaßen. Es gibt nur einen Haken dabei. Welchen? fragte Aische neugierig. Wir müssen bei euch drüben in der ersten Hilfe feiern, weil die Hygienevorschriften es nicht erlauben, unser eigenes Essen mitzubringen. Jetzt grinste auch Aische. Schade, dass ich nicht da bin. Ich bin bei Freunden in der Heimat eingeladen. Wir feiern zwar nicht Weihnachten, wie du weißt, werden aber trotzdem viel Spaß haben. Kapitel 3 Überwachungsräume der ersten Hilfe »Namen, Kollegen«, grüßte Hassan, als er mit der Trage aus dem Notarztwagen um die Ecke rollerte. »Wo soll ich den Patienten hinbringen?« »Guten Morgen, Hassan. Der Reha-Raum ist frei«, rief Pfleger Bernd ihm vom Tresen aus zu, woraufhin der Rettungsassistent in der Eingangshalle nach links in den Flur zu den Überwachungsräumen der ersten Hilfe abbog. Bernd lief sofort hinterher, um im Reanimationsraum für den von der Leitstelle angekündigten Notfall Platz zu schaffen. Der Patient auf der Trage sah etwas blass aus, war aber wach, ansprechbar, Puls- und Blutdruck stabil, Sauerstoffsättigung 95, wie Hassan im Vorbeigehen Nero zurief, die wiederum aus dem Aufenthaltsraum der Schwestern auf den Gang eilte. Auch die Chirurgen drückte sich schnell an der zügig vorbeirollenden Trage vorbei nach vorn, langte nach den vorderen Griffen und buxierte mit Hassan gemeinsam die Trage in den geräumigen Notfallraum hinein. Wer hat Dienst? fragte Nero den Mann von der Rettung. Die knappe Antwort von Hassan lautete Benny Wise. Ah, ist er mal wieder am Lande? Kommt er noch her zu uns oder muss er gleich weiter? Hassan lachte die alte Chirurgin an. Du weißt doch, wenn der olle Wise-Man findet, dass der Notfall keiner mehr ist, dann sucht er in jedem Krankenhaus erstmal die hübscheste Schwester auf. Nero grinste breit. Okay, das heißt also, dieser Patient hier? Herr Tänzer, ergänzte Hassan. Danke. Also Herr Tänzer ist nicht in akuter Lebensgefahr und irgendwo hüpft jetzt ein weibliches Herz höher, wenn sie nächtlichen Spontanbesuch von unserem Benito Ibrahim Wiseman bekommt. Sehe ich das richtig? Inzwischen hatten sie die Trage mit dem verunsichert reinblickenden älteren Herrn namens Tänzer in der Mitte des Raumes arretiert und begannen zu dritt, ihn routiniert zu verkabeln. EKG-Elektroden klebten bereits auf der Brust des Patienten. Sie mussten nur noch ihre eigenen Geräte heranfahren und anschließen. Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, das reichte erstmal. Pfleger Bernd machte den rechten Arm frei, im linken steckte bereits eine Flexüle, über die eine Infusion lief und staute die Venen für eine Blutentnahme. Routine-Labor, fragte Bernd zur Chirurgen, oder noch spezielle Wünsche? Nehru blickte Hassan an, der ihr die Papiere mit den Aufzeichnungen über den Notarzt-Einsatz überreichte. Pektangenösebeschwerden seit zwei Stunden, antihypertensive Medikation, ansonsten anamnestisch unauffällig, sagte der Rettungsassistent. Im Dreikanal-EKG-Verdacht auf leichte ST-Hebung und eine deutliche Extrasystolie. Wir haben zehn Milligramm Morphin gegeben, was die Symptomatik sofort besserte. Hassan wandte sich jetzt zum Patienten, der ängstlich auf das Gewusel über und um ihn herum starrte. Nicht wahr, Herr Tänzer? Sie hatten doch vorher noch nie Herzprobleme, oder? Erzählen Sie doch mal der Ärztin hier, wann das mit Ihren Beschwerden begonnen hat. Sie haben übrigens Glück, Dr. Nehru ist die Chefin hier im Hause. Eine echte Korrifäe. Nehru nickte dankbar. Morphin hin oder her. Die aufgewühlten Patienten waren manchmal extrem beunruhigt, wenn sie einer sehr großen und sehr dunkelhäutigen Frau ausgeliefert wurden, die dann irgendwelche Dinge mit ihnen anstellen wollte. Meistens sprachen die Patienten dann nur mit den anderen Männern im Raum und ignorierten die Anweisungen der Ärztin komplett. Nun war Nero jedoch wirklich so etwas wie eine Legende in der Klinik Berlin-Süd und alle Kollegen, auch die von der Rettungsleitstelle Rudow, bedauerten es, dass sie bald in Rente gehen würde. Über die Jahre des einvernehmlichen Zusammenarbeitens hatte es sich als hilfreich erwiesen, wenn die knackigen jungen Typen von der Feuerwehr und Rettung bei der Übergabe ihrer Patienten etwaige Vorurteile einer dunkelhäutigen Chefärztin gegenüber sofort mit einem flotten Spruch entschärften. Nero blätterte in den Unterlagen, nickte dem Patienten aufmunternd zu, sah auf die gleichmäßig piepsenden Monitore und murmelte. Wäre vielleicht was für eine Lüse. Sie wandte sich an Bernd. Wer hat denn drüben auf Intensivdienst? Und gleichzeitig zu Herrn Tänzer gerichtet, fragte sie, wie geht es Ihnen? Wir kommen in der Klinik Berlin-Süd. Wir werden uns hier gut um Sie kümmern, aber Sie werden erst einmal eine Nacht auf der Intensivstation verbringen müssen. Haben Sie Angehörige, die Ihnen ein paar Sachen bringen können? Der Patient Tänzer, nur mit einer schlabberigen Pyjama-Hose bekleidet und von der dünnen Einmaldecke aus dem Notarztwagen bedeckt, sah die Ärztin fest an. Was er in ihren Augen las, schien ihn zu beruhigen. Denn er verschränkte jetzt die Arme hinter den Kopf, lächelte und sagte, was immer Sie möchten, Frau Doktor, ich bin zu allem bereit. Ein lautes, anhaltendes Pfeifen erklang. Na, dann legen Sie besser mal wieder die Hände nach unten, sonst haben wir bald ein Problem, sagte Nero trocken und klippte den Sauerstoffsensor wieder an seinen linken Zeigefinger. Sofort ging das Pfeifen in ein gleichmäßiges Piepsen über, das synchron mit der Oxymetrie-Pulswelle auf dem Monitor zu sehen war. Alles gut, alles unter Kontrolle. Bernd hatte inzwischen der vor der Tür wartenden Laborantin die Röhrchen von der Blutentnahme ausgehändigt und kam zu Nero zurück mit den Worten, »Die Dechsner persönlich ist auf der ITS, sie wartet schon auf den Patienten, sobald wir hier die Erstversorgung gemacht haben.« Wieder nickte Nero. Nach all den Jahren war sie immer wieder überrascht, wie reibungslos hier alle zusammenarbeiteten. Die Ärztin hatte gar nicht mitbekommen, wie der Pfleger, der gelegentlich neckisch »Bruder Brause« genannt wurde, weil er eben nicht für sein überschäumendes Temperament bekannt war, drüben auf der Intensivstation angerufen und den Patienten angekündigt hatte. Tolles Team. Sie würde die Kollegen sehr vermissen. Nachdem die Chirurgin Herrn Tenzer ausgiebig befragt und untersucht hatte, nahmen Hassan und sie am Schreibtisch Platz, um die Übergabe und den Zustand des Patienten zu dokumentieren. Sie warteten auf die Laborergebnisse und sprachen leise miteinander, um den nun schläfrigen, entspannten Herrn nicht zu stören. In der Eingangshalle, wo Schwester Sarah am Tresen die Stellung hielt, war es still. Insofern bestand kein Grund zur Eile für die Beteiligten. Bernd war wieder verschwunden und holte aus dem langen Gang zwischen Labor, Bettenzentrale und erster Hilfe ein frisch bezogenes, mit Folie abgedecktes Bett, auf dem Herr Tenzer dann in die ETS-Abteilung gebracht werden sollte. Der Notarzt Wiseman, der irgendwo im Haus herumgeisterte, war noch nicht wieder aufgetaucht und Hassans Funkgerät blieb stumm. So dass einer dieser kostbaren Momente der Stille eintrat. Zumindest, wenn man in der Lage war, die ruhig vor sich hin piepsenden Gerätschaften zu ignorieren. Das Wandtelefon klingelte. Eigentlich war es eher ein penetrantes Schnarren, das weniger störte als eine Klingel und von der Tresenklingel besser zu unterscheiden war. Hassan und Bernd hatten soeben Herrn Tenzer in das frische Bett umgelagert, so dass sie nicht mitbekamen, wie Nero am Telefon ungläubig die Stirn runzelte und, ja, das ging sehr wohl, blass im Gesicht wurde. Erst als sie nachfragte, sind Sie sicher? Ganz sicher? Drehten sich die beiden Männer vom Bett des schläfrigen Patienten um und starrten die Chefin an. Ja, danke, sagte Nero und hängte den Hörer ein. Schnurstracks lief die Ärztin zum Bett des Patienten, der nach seiner Morphinspritze gar nicht so sehr krank wirkte und fühlte ihm eigenhändig den Puls, während sie das, was sie mit ihren Fingern zu erspüren versuchte, mit den Daten der Monitore neben sich verglich. Der Blutdruck von Herrn Tenzer lag bei 150 zu 90. Der Patient schlug die Augen auf, lächelte die Ärztin vertrauensvoll an und kuschelte sich wieder behaglich in die Decke. Augenscheinlich ging es ihm nicht schlecht. Die Falten auf Neros Stirn wurden tiefer. Was ist los? fragte Hassan. Das Labor meldet, die CKMB sei 30 und Troponin liegt bei 4. Bei 4. Wenn das stimmt, dann haben wir hier einen Patienten in Lebensgefahr vor uns liegen. Ruf den diensthabenden Internisten an und sag ihm, er soll sofort auf die Intensiv kommen. Wir brauchen schnellstmöglich ein Herzecho, um die Auswurffraktion zu messen. Weiß Dexner drüben schon, dass sie wohl eine Lüse machen müssen? Alle drei Kollegen blickten so prüfend wie ungläubig auf den friedlich schlafenden Patienten, dann wieder auf die Monitore. Es sah nicht im Mindesten so aus wie ein massiver Herzinfarkt. Dann hätte es Zeichen eines sogenannten kardiogenen Schocks geben müssen. Der Blutdruck wäre extrem niedrig gewesen und der Puls kaum fühlbar. Marion sagte, sie messen sicherheitshalber noch einmal. Denn die Geräte sind ja schon etwas älter. Etwas älter ist gut, knurrte Bernd. Die ganze Technik hier im Haus ist vollkommen überaltert. Es ist immer noch nichts angekommen von den versprochenen Investitionsgeldern. Zum Kotzen ist das. Ja, du hast recht, antwortete Nero. Die Röntgenbilder sind auch eine Katastrophe. Ich möchte nicht wissen, wie viele kleine Frakturen ich übersehen habe, nur weil die Aufnahmen so flau sind. Die Digitalisierung dieser Klinik werde ich wohl nicht mehr erleben. Aber wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich bin dafür, Herrn Tenzer so schnell wie möglich auf die Intensiv zu verlegen, auch wenn die uns einen Kopf kürzer machen, weil wir denen schon wieder mit einem Herzinfarkt kommen, der sich hinterher als kleine Angina pectoris erweist. Wenn wir auf die Kontrollwerte warten, haben wir kostbare Zeit für die Revaskularisierung der Herzkranzgefäße verloren. Lasst uns den Patienten einfach rüber verlegen. Ich nehme das auf meine Kappe und spreche mit der Dexner. Hassan nickte, verabschiedete sich und ging zum Notarztwagen zurück, während Nero und Bernd das fahrbare Bett entriegelten, die Akten zusammenrafften und sich mit dem laborschemisch-Schwerheitskranken auf den langen Flur zur Intensivstation begaben. Sie kamen am Tresen der Eingangshalle vorbei, aber Schwester Sarah war nicht zu sehen. Sie befand sich wohl im Aufenthaltsraum und glich die Medikamentenlisten mit den Beständen im Schrank ab. Schließlich war es drei Uhr nachts und bis zur Ablösung gab es noch reichlich zu tun. Kapitel 4 Umkleideraum in der Rettungsstelle Nero feuerte nach Schichtende ihre Spinschranktür in gewohnter Weise zu und fragte die Anästhesistin Perdita, Was ist eigentlich aus Herrn Tänzer geworden, den ich euch vorgestern rübergelegt hatte? Aische sagte mir, er wurde frühmorgens auf die Peripherie verlegt, weil sich der Infarkt nicht bestätigt hatte? Eine Lüse war also nicht notwendig? Nee, sagte Dieter und hängte sich schwungvoll ihr Stethoskop um den Hals. Die Laborkontrolle aus derselben Probe bestätigte den Verdacht auf einen akuten Myokardinfarkt. Dr. Dexner und Manos hatten uns aber gewarnt, dass es Hinweise auf einen Laborfehler geben könnte. Das Herzecho ergab keinerlei Auffälligkeiten, bis auf ein paar Extraschläge waren alle Parameter in Ordnung, also warteten wir erst mal und nahmen nach zwei Stunden noch einmal Blut ab. Auch hier waren alle Werte so normal wie deine und meine, zumal es dem Patienten schon nach der Morphingabe durch den Rettungsdienst sofort wieder gut gegangen war. Keine Klinik, wie man so schön sagt. Die Intensivärztin lachte. Herr Tenzer machte uns unmissverständlich klar, dass er keinen Wert darauf legte, weitere schlaflose Stunden zwischen piepsenden Geräten zu verbringen. Daraufhin boten wir ihm eine Verlegung auf die Station an. Das Überwachungszimmer dort war frei geworden. Nachtschwester Bernadette hat zwar kräftig geflucht, weil sie alleine auf der Etage war, aber unser Patient hat sie mit seinem Charme sofort um den Finger gewickelt. Ende gut, alles gut. Ich war vor Schichtbeginn nochmal bei ihm oben auf der Inneren. Herr Tenzer fühlt sich prächtig zwischen all den netten Schwestern. Er hat wegen der Extraschläge einen Langzeit-EKG dran und wartet jetzt auf einen Termin zur Herzkatheteruntersuchung. Nero seufzte. Meine Güte, wie hätte das schiefgehen können, wenn wir den Laborwerten vertraut und ihm eine Lyse verpasst hätten oder Lidokain oder Amiodaron gespritzt. Er hätte einen Herzstillstand kriegen können. Durch uns! Die Chirurgin schüttelte zweifelnd den Kopf. Allerdings hatte er bei uns viele Extrasystolen. So ganz klar ist das nicht gewesen. Mach dir keine Sorgen, du hast richtig reagiert, meinte Dieter versöhnlich. Der Fehler scheint im Labor zu liegen. Die Dexner hat mit Marion gesprochen. Sie ist diejenige Laborassistentin, die zurzeit alle Nachtdienste abdeckt. Valerie macht die Tagschicht. Da war wohl nichts auffällig. Es wird jetzt überprüft, ob die Geräteeichung der alten Fotometrieboxen korrekt abgelaufen ist und wo der Fehler liegt. Manos berichtet, dass sich die Fehlermessungen häufen, seltsamerweise wohl immer nachts. Die Messgeräte sind ziemlich alt, vielleicht liegt es daran. Es ist also nicht deine Schuld. Inzwischen waren auch Andrea und Aische eingetroffen, um sich wie geplant über ihren Diebstahlverdacht auszutauschen. Und Mädels, Was gibt's Neues? fragte Andrea munter. Fehlt was? Hat jemand ein Geständnis abgelegt? Oder Dieters Handschuhe zurückgebracht? Bei mir fehlt ein Ring, knurrte Aische zornig. Ich hatte ihn als Weihnachtsgeschenk für meine Tochter gekauft und ganz hinten oben in den Schrank gelegt, damit es eine Überraschung bleibt. Isabella wühlte nämlich gerne zu Hause in meinen Sachen rum. Keiner wusste von dem Ring. Er war in einer hübschen kleinen Schachtel und jetzt ist er weg. Der war verdammt teuer. Entweder hat mich jemand beobachtet gesucht. Seit wann vermisst du den Ring? fuhr Andrea empört auf. Hast du einen Verdacht? Gekauft habe ich ihn Montagvormittag und ihn dann gleich zur Schicht mit hierher gebracht und im Schrank versteckt. Ich hatte noch überlegt, den Spind abzuschließen, aber das hätte verdächtig ausgesehen, oder? Keiner schließt hier seinen Schrank ab und nur wenige Schlösser funktionieren überhaupt noch. Alles verdammt überaltert hier, schimpfte Nero. Mich inbegriffen, es wird Zeit zu gehen, ehe uns der Laden noch über dem Kopf zusammenfällt. Wann hast du denn bemerkt, dass das Schächtelchen fehlt? Fragte Andrea noch einmal. Als ich vorgestern zum Dienst kam, also Mittwoch, da war er weg. Ich dachte erst, dass ich ihn vielleicht doch eingesteckt hatte, aber ich konnte ihn weder in meiner Tasche finden, noch im Auto oder zu Hause. Mistverdammter, wenn ich den erwische, der mich beklaut hat. Dieter horchte auf. Mittwoch, sagtest du? Sie wandte sich an Nero. Das war die Nacht, in der du Herrn Tänzer verlegt hast, oder? Gab es so viel zu tun, dass der Tresen vorne unbesetzt war? Hätte jemand unbemerkt in den Schränken wühlen können? Nero überlegte. Eigentlich war Sarah vorne am Eingang und außer Herrn Tänzer war kaum was los. Ziemlich ruhige Nacht. Die vier Frauen sahen sich an und schwiegen. Sie dachten nach. Jede für sich. Schließlich meinte Andrea, also ich glaube nicht, dass Sarah klaut. Sie ist eine grundehrliche Seele. Aber vielleicht, die Schwester zögerte. Vielleicht war's, drängte Aishe. Ich habe unseren Bruder Brause gefragt, den Bernd, ob er etwas bemerkt hätte oder was vermisst. Er wusste von gar nichts, schien voll aus dem Mußtopf zu kommen und wollte sich auch gar nicht vorstellen, dass hier etwas verschwindet. Psychologisch nennt man das ein Abwehrmuster, unterbrach Nero etwas rabiat. Du meinst aber nicht etwa, dass er dahinter stecken könnte? Dass er's ist, der uns häppchenweise bestiehlt und uns glauben lässt, wir hätten etwas verlegt, in weiblicher Schusslichkeit? Dieter schüttelte den Kopf. Pfleger Bernd ist zwar manchmal brummelig und auch ein bisschen schwer vom Begriff, aber für bösartig halte ich ihn nicht. Kleptomanie hat nichts mit Bösartigkeit zu tun, dozierte Andrea. Das ist eine Krankheit. Die können nicht anders, diese Menschen müssen klauen, eine Art Zwang. Sie erntete ein energisches Kopfschütteln von Nero und Perdita, als würden die Köpfe der beiden Kolleginnen von einem unsichtbaren Marionettenspieler synchron bewegt. Die Chirurgin protestierte. Nein, 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 hör auf damit. Das ist Küchenpsychologie und wir können wegen Mobbing angezeigt werden, wenn wir solche Verdächtigungen aussprechen. Wir müssen das anders anfangen. Es sind noch zwei Wochen bis Heiligabend. Lasst uns überlegen, wie wir eine Falle bauen, um den Täter in flagranti zu erwischen. Sollen wir den Spintraum mit einer Handykamera überwachen? Aische wiegte skeptisch den Kopf. Wer würde einem Dieb sein Handy überlassen? Außerdem ist heimliche Überwachung verboten. Und wenn wir das öffentlich machen, ist es keine Falle. Video scheidet aus. Die vier schwiegen wieder. Ich habe eine Idee, sagte Andrea schließlich. Wir besorgen uns die Dienstpläne aller Abteilungen und schauen nach den Gemeinsamkeiten. Wer war zu welchem Zeitpunkt da, als etwas aus den Schränken weggekommen ist? Dieter fragte, fällt das nicht auch unter Spionageaktivität oder Datenschutz? Hast du eine bessere Idee? Wir können es ja unauffällig machen. Jede von uns übernimmt eine Abteilung und fotografiert deren Dienstplan. Die hängen ja überall aus. Jetzt nickte Nero. Gut, so machen wir es. Fang schon mal an, Mädels. Ich gehe jetzt meine Weihnachtseinkäufe machen. Sie grinste breit, sodass die anderen wussten, dass sie etwas ganz Besonderes vorhatte. Ich hole heute ein Wahnsinns-Teil von der Packstation ab. Habe ich mir aus Amerika schicken lassen für meine kleine Nichte in Nigeria. Voll abgefahren, sage ich euch. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber sie hat sich das Teil unbedingt von mir gewünscht. Erzähl! rief Andrea ihr hinterher, als Nero die Eingangshalle durchquerte. Die Chirurgin drehte sich um, den Rucksack lässig über den weiten Filzmantel werfend, winkte lachend und sagte, zeige ich euch, wenn ihr brav seid, Kinderchen. Ciao! Ach, sie fehlt mir jetzt schon, meinte Dieter und die beiden Erste-Hilfe-Schwestern nickten. Aisje kicherte plötzlich. Sag mal, kennt ihr schon den Neuen? Den hübschen Arzt aus dem Labor? Schwester Andrea stellte sich hinter den Tresen, um sich frühmorgens für die Patientenaufnahme bereit zu machen und grinste. Die Anästhesistin, die sich schon auf dem Weg zur Intensivstation gemacht hatte, schaute verblüfft zu Aisje rüber. Nö, wer ist denn das? In der Kantine hat er sich noch nicht blicken lassen. Er sieht gut aus, ja? Das Grinsen beider Schwestern wurde immer breiter. Gut ist gar kein Ausdruck, richtig süß ist er. Wuschelige dunkle Locken, ein Blick wie ein unschuldiger Säugling und charmant ist er. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Da kann sich jeder Kollege eine Scheibe von abschneiden, nicht wahr, Andrea? Ja, das gebe ich zu. Lecker, der Knabe. Richtig lecker. Leider verheiratet. Das habe ich schon in Erfahrung gebracht. Drei Kinder. Wohnt in Köpenick in einer Edelvilla und hat ein Haus auf Teneriffa. Wie im Film. Ihr veräppelt mich doch? Fragte Dieter verunsichert. Ist das ein verfrühter April-Scherz? Vielleicht ein Geist? Ich habe den Kollegen noch nie hier gesehen. Ein Geist? Könnte hinkommen. Er ist ja fast nur nachts im Haus. Macht die Rufbereitschaft und übernimmt die unbeliebtesten Dienste unseres Laborleiters, wohl wegen der Schichtzulage, nehme ich an. Marion erzählte mir, dass er im Chefbüro neben dem Labor richtig residiert und die ganze Nacht kluge Bücher liest. Aische kicherte. Und so manche Schwesternschülerin macht sich Hoffnung auf eine Privataudienz. Dieter blickte immer noch ungläubig drein. Die Nacht über hier in der Klinik? Warum das denn? Bisher war Rufbereitschaft doch immer nur für Heimschläfer. Wie heißt er überhaupt? Wie aus der Pistole geschossen, antworteten Andrea und Aische gemeinsam Dr. Christian Marsten. Und Aische fügte verschwörerisch hinzu. Ein Linksträger? Bitte was? Andrea lächelte mit Aische kryptisch um die Wette. Och, hör nicht drauf. Das hat nichts zu bedeuten. Aber wir sollen Chris zu ihm sagen. Und Aische tockte mit einem triumphierenden Er hat uns schon einmal Kuchen vorbeigebracht. Kuchen nachts. Wenn das nichts zu bedeuten hat. Die Schwestern lachten laut auf, als sie Peditas konsternierten Gesichtsausdruck sahen. Dann ging die automatische Glastür auf und der erste Patient kam mit ein paar Angehörigen auf den Tresen zu. Ein ganz normaler Freitag im Grundrauschen des Klinikbetriebes begann. Kapitel 5 Kantine Beim Mittagessen trafen mal wieder mehr oder weniger zufällig einige Klinikmitarbeiter an einem der Tische zusammen. Pedita vom ITS-Personal hatte ihre Kartoffelsuppe, in der einige pittoreske Miniaturbockwürstchen schwammen, schon halb verspeist, als sich Marion dazusetzte. Die labortechnische Assistentin stand schwer unter Stress. Sie sollte sich alleine mit Valerie in zwölf Stunden Schichten abwechseln, seit die dritte im Bunde gekündigt hatte. Jemand Neues konnte erst im Januar eingestellt werden. Und jetzt musste Marion auch noch kurzfristig einspringen, weil die Kollegin krank geworden war. Sie würde am besten gleich in die Klinik einziehen, dachte sie, als der Anruf sie zu Hause erwischt hatte. Die Familie würde ihr die Hölle heiß machen, wenn sie Doppelschichten schieben musste. Schließlich kam noch Sarah aus der ersten Hilfe an, zusammen mit der burschikosen Physiotherapeutin Rita im Schlepptau. Auch Sarah hatte einen kurzen Schichtwechsel, vom Nachtdienst zur Spätschicht, aber bis jetzt gab es keine Krankheitsausfälle im Team. Gejammert wird später, befand die Rettungsstellenschwester. Zu viert schwatzen sie locker über die seltsamen Vorkommnisse in der jedes Jahr aufs neue chaotischen Adventszeit. Ihr habt im Moment viel Ärger im Labor, was? Gehst du trotzdem zur Betriebsweihnachtsfeier? fragte Rita zu Marion herüber, während sie lautstark ein Mini-Würstchen zwischen ihren Backenzähnen zermalmte. Es platzte und krachte in ihrem Mund und die anderen grinsten. Dieses Ritual wiederholte sich alle sechs Wochen im Rhythmus des Essen-Planes. Klar, die Bosse lassen es doch immer ordentlich krachen, karlauerte die Laborassistentin. Sie hatte keine Lust auf Dienstgespräche und versuchte es mit einer Ablenkstrategie. Wisst ihr noch, vor zwei Jahren, als der Psychiatrie-Chef beim Tanz mit der Dexner die Kurve nicht kriegte? Sarah lachte auf und dann auf dem Schoß des ehemaligen Geschäftsführers landete. Ja klar, dessen Sauertöpf Fischemine habe ich jetzt noch vor Augen. Marion widersprach. Das kam aber nur, weil Joe Sack ihm das Bier vom Tisch gefegt hatte und er für den Rest des Abends mit einem nassen Hosenboden rumlaufen musste. Bei der Erinnerung wierte Rita drauf los, sodass ein Stückchen Wurstpelle herausflog und unromantisch an ihrem Wasserglas kleben blieb. Der ehemalige Geschäftsführer, ja, wie hieß er noch, Anton Schneller, der war ein ganz Flotter. Er sah aus, als ergewonnen, oder nicht? rief die lebhafte Physiotherapeutin zu Perdita hinüber. Sarah wurde ernst. Was n? fragte Rita fröhlich. Hab ich wieder was Falsches gesagt? Die Erste Hilfeschwester zögerte. Ach, wir wollten es ja nicht an die große Glocke hängen, aber bei uns verschwinden aus den Spinschränken Sachen. Handschuhe, Ringe, kleine Geldbeträger und lauter so Zeugs. Wir wissen nicht, wer das sein könnte und wir wollen auch niemanden verdächtigen. Ah ja, und da fiel der erste Verdacht auf den brubbeligen, immer etwas miesepetrigen Bruder Brause, schloss Rita messerscharf und balancierte ein neues Mini-Würstchen auf dem Löffel. Ja, nein, äh, nicht wirklich, stottete Sarah. Könnt ihr denn die verdammten Schränke nicht abschließen? Also bei uns in der Physio-Abteilung klauen sie wie die Raben, wenn wir nicht aufpassen. Es gibt sogar Klopapier wird mitgenommen. Das ist echt der Hammer. Toilettenpapier. Wer braucht denn sowas zu Hause? Protestierte Rita. Wer klaut denn bei euch? Ich würde es niemandem aus eurem Team zutrauen, fragte Marion dazwischen. Na, die ambulanten Patienten, die von außen immer mal für eine Stunde auf Rezept vorbeikommen. Wir können nicht alle sofort behandeln und manche sind in den Räumen auch eigenverantwortlich an den Geräten. Glaub mir, es gibt Menschen, die denken, so ein kleiner Diebstahl macht doch nix, das merkt doch keiner. Das sind dieselben, die in den Hotels alles mitgehen lassen, vom Bademantel bis zum Bierglas, von der Minibar ganz zu schweigen. Die halten alles für all inclusive. Das ist kaum zu glauben. Perdita schüttelte den Kopf. Aber das ist bei uns doch komplett anders. Unsere Umkleide ist so gut wie nie unbewacht. Vorne am Eingang ist ja alles verglast. Sogar vom Aufenthaltsraum der Schwestern kann man quer über die Halle zum Tresen hinüberschauen und dahinter ist direkt die Tür zum Spindraum. Marion lachte. Ja, das stimmt. Es ist unmöglich, heimlich mit Benito Weissman zu flirten, wenn der aus seinem Notarztwagen steigt und die Stationen unsicher macht. Es fällt sofort auf, sobald unser guter Benny Weiss die Rettungsstelle betritt. Obwohl, der Charmeur hat jetzt ordentlich Konkurrenz bekommen. Irritiert blickte Dieter von der Restpfütze ihrer Kartoffelsuppe auf, die sie nicht mehr vom Boden der Schüssel aufkratzen konnte. Fängst du auch noch so an? Andrea und Aisha haben mich schon aufgezogen, dass ich den Neuen noch nicht kenne. Was kann ich denn dafür, dass das Nachtgespenst sich nicht vernünftig bei mir vorgestellt hat? Gut aussehen soll er jedenfalls, sagen die Mädels. Oh ja, erwiderte Marion, hübscher Bengel, nicht mehr ganz taufrisch, aber sehr niedlich. Seine Augen sind groß und blau wie bei einem Baby, das habe ich schon irgendwo gehört, unterbrach die Anästhesistin und dunkle wilde Locken. Christian Marsten heißt er. Torte bringt er den Ladies nachts auch auf die Station. Hier ist vielleicht was los. Kuchen, korrigierte Sarah, nicht Torte. Nö, uns hat er eine Dose mit selbst gebackenen Keksen in einem Beutel an die Türklinke gehängt, war Frita ein. Wir fanden sie, als die Frühschicht begann, mit einem Laborzettel mit besten Grüßen von Chris. Sie wandte sich an sogar die Dexner war überrascht, als sie ins Labor ging, um sich über die Fehlmessungen zu beschweren. Fehlmessungen? Fragte Rita Dieter erstaunt. Was ist denn nur bei euch drüben los? Frag nicht mich, was los ist. Frag Marion. Wir sind nur die Ausputzer. Leute werden als Notfälle zu uns verlegt und wenn wir Blut abnehmen ist alles wieder normal. Es ist Die Geräte sind steinalt, klar. Wir können immer noch nicht CKMB Masse bestimmen und müssen mit dem alten Photometer ständig neu kalibrieren. Und dass die Troponinwerte schwanken, weiß auch jeder, der hier arbeitet. Das ist doch kalter Kaffee. Wir kennen die Dinger seit Jahren in- und auswendig und wissen, wie die Werte zu interpretieren sind. Warum es jetzt zu diesen seltsamen Schwankungen der Ergebnisse kommt, können wir im Moment noch nicht sagen. Das wird noch untersucht. Wir haben Siemens nächste Woche im Hause. Die werden uns sicher ein paar moderne Dinge aufschwatzen. Unsere eigenen Eichtests waren jedenfalls unauffällig. Da gab es keine Fehlfunktion. Vielleicht fallen die alten Kisten in Ohnmacht, wenn der hübsche Knabe vorbeikommt, scherzte die Physiotherapeutin. Soll es ja geben. dem schönen Dr. Marsten elegant vor die Füße sinken und dann auf eine Mund-zu-Mund Beatmung hoffen? Sie kicherte, schüttelte aber gleichzeitig wie in einem Abwehrreflex unbewusst den Kopf. Nachts, ja? Der Kollege ist immer nur nachts da? Ist er deswegen nie in der Kantine? fragte Dieter. Marion wurde ernst. Du kennst doch unseren Laborchef. So ungern wie der Wochenend- und Feiertagsdienste macht, wird er mit Sicherheit schon lange nach einem Kollegen gesucht haben, der ihn da vertritt. Soweit ich weiß, ist Marstens Frau PR-Managerin für Siemens und mit drei Kindern ist ein tariflich bezahlter Schichtdienst mit Sicherheit eine gute Lösung. Sagtest du Siemens? hakte Dieter ein. Ist das dieselbe Firma, die hier neue Laborgeräte installieren soll? Nachtiger Likör ihr Trapsen? Och komm, Wittere doch nicht gleich überall Korruption, es ist bald Weihnachten, sagte Marion. Siemens hat viele Unterformen, das ist ein Riesengeflecht. Wer sagt denn, dass Frau Maaßen ausgerechnet für Labortechnik zuständig ist? Sie ist doch nur Werbeschefin, wie mir Dr. Maaßen erzählt hat. Neue Geräte wären für uns alle ein Geschenk, oder? Und Christian ist wirklich nett, sehr nett. Er liest viel, hat gute Manieren und kann wunderbar reden. Ich höre ihm sehr gerne zu, wenn er von seinen Reisen und seiner Familie erzählt. Sarah ergänzte, er hat wirklich eine tolle Stimme, ganz warm und freundlich. Als der Doktor neulich nachts den Kuchen vorbeibrachte, erzählte er, dass er sogar für seine Frau medizinische Texte einliest und Podcasts für Radiosender erstellt. In seiner Studentenzeit habe er als Synchronsprecher gearbeitet, sagte er. Sagte er, erzählte er, äffte Rita nach. Herrje, so schön fand ich ihn oder seine Stimme dann auch wieder nicht, dass man ihn gleich in den Himmel loben muss. Wann hast du ihn denn gesehen? fragte Sarah, die befreundete Physiotherapeutin verblüfft. Nach meiner Spätschicht lief ich von meinen Patienten auf der Intensivstation zurück zur Therapieabteilung. Auf dem langen Gang vor dem Kinderaugen. Ja, das stimmt. Vielleicht beklaut er uns sogar des Nachts, wenn wir einen Notfall haben, meinte per Dieter nachdenklich. Die Frauen schauten sie entsetzt an. Das hat er nun echt nicht nötig, widersprach Sarah. Der hat mehr Geld als wir alle vier zusammen. Und was soll er im Übrigen mit Dieters Handschuhen anfangen? Und Eisches Ring? Das halte ich für Blödsinn. Wahrscheinlich hast du Recht, gab Dieter nach. Ich bin nur etwas überdreht, denn ich frage mich, wann in diesem Chaos mal ein Unglück passiert, wenn die Laborwerte falsch sind. Dann sind nämlich wir Ärzte dran, wie immer. Wir haften für die Behandlung, nicht das Labor. Sie hörten Nicola Schröder Liefring. Sie las den ersten Teil des Weihnachtskrimis Laborbefunde, der 2022 unter dem Pseudonym Benna Davel zusammen mit anderen Erzählungen im Berlin-Band der Romanserie Kleine Träume bei ePublic erschien. Den zweiten Teil hören Sie am nächsten Donnerstag. Mehr über die Autorin finden Sie auf unserer Webseite www.kontrafunk.radio 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020